Lilli, wer ist er? Wie kannst du mir das antun? In meinem eigenen Haus? Komm schon, Schatz. Ich glaube, du übertreibst einfach. Das war eine unschuldige Affäre. Unschuldige Affäre? Komm zu mir. Lilli, mir reicht das einfach. Du hängst herum, wer weiß schon, wer weiß schon wo. Weißt du, ich kenne dich eigentlich gar nicht mehr. Ja, und? Willst du es beenden? Wirklich? Vielleicht. Okay. Okay. Aber erst. Sag mir bitte, mein wütendes Häschen. Von wessen Geld lebst du? Wer zahlt für all die Restaurants, in denen du isst? Wer kauft dir diese schicken Klamotten? Sorry. Sorry. Hast du einen Job? Wuhu. Nein, hast du nicht. Komm schon. Lilli, ich hab dir gesagt, ich hab die CDs geschickt. Und sie freuen sich, mich zu haben. Jake, komm schon. Wer braucht dich? Du bist total nutzlos. Du bist zwar süß, aber niemand stellt jemanden wie dich ein, weil du einfach nichts kannst, Schatz. Was? Weißt du, ich hab meine Entscheidung getroffen. Ich werde dich verlassen. Ah, wie bitte? Wiedersehen, Lilli. Mach's gut. Was? Hast du dich umentschieden? Und zum Thema. Ich hab kein Geld. Ich hab ein Bewerbungsgespräch. Bei der größten Firma dieser Stadt. Viel Glück. Willst sehen. Bye, bye. Viel Glück. Ich will schlafen. Also, Jake. Äh, also, Jake. Ruhig, ruhig. Hör zu. Hier hast du ein Wasser. Ja. Beruhig dich einfach. Also, Jake. Sag mir. Warum bist du der Richtige für diesen Job? Nun, ich. Ich, äh, ich, äh, ich meine... Ich meine, glaubst du, du gehörst in unsere großartige Firma? Nach deinem Lebenslauf zu urteilen, hast du keinerlei Management-Erfahrung. Du besitzt keine großartigen Fähigkeiten. Warum sollten wir dich einstellen? Äh, äh, es tut mir so leid. Ich, äh, ich hatte letzte Nacht wirklich eine harte Nacht, äh, konnte nicht schlafen, aber egal. Nun, äh, ja, Sie haben recht. Ich habe keine Erfahrung, aber ich kann schnell lernen. Und ich bin ein sehr loyaler Mitarbeiter. Äh, das kann ich garantieren. Ja, aber du hast eine Menge Jobs hier. Die Liste ist lang. Es scheint nicht so, als hättest du wirklich Erfolg damit gehabt und dass es gut lief. Nun, ich habe aber nie verloren. Ich habe nur 10.000 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert. Thomas Edison soll das mal gesagt haben. Das ist nutzlos für mich. Das bringt mich nicht weiter. Entschuldigen Sie, aber... Weißt du, diese Papiere, die Dokumente, die Referenzen, die Zahlen, die Erfahrungen. Ich möchte sehen, was ich von dir habe. Jake, lass uns spielen, hä? Was sagst du? Ja, 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 natürlich, okay. Die Regeln sind sehr einfach. Ich beginne einen Satz und du beendest ihn. Glaubst du, dass du das hinbekommst? Klingt recht einfach. Also gut. Gut, fangen wir also an. Super. Okay, fangen wir also an. Angenommen, du bist bereits ein Angestellter in diesem Unternehmen, in dieser Firma und man bietet dir eine neue Stelle bei einer anderen Firma. Und diese andere Firma ist bekannter. Sie ist renommierter. Sie ist lukrativer. Du. Ich werde dafür sorgen, dass unser Unternehmen eher lukrativer, renommierter und bekannter wird. Fantastisch. Fantastisch, Jake. Nehmen wir an, in dieser Firma gibt es einen Mann. Dieser Mann arbeitet für dich seit, sagen wir, ich weiß nicht, 15 Jahren. Und er verrät dich. Er gehört... Beschraft? Großartige Antwort. Weißt du, Jake, du und ich, wir haben eine Menge gemeinsam. Ich halte mich an diese Regeln in meinem Leben. Na gut. Eine letzte Frage. Ein Mann, der verraten wurde. Der will... Ich, ich weiß wirklich nicht, also... Jake, ruhig, ruhig. Es gibt keine richtige oder falsche Antwort. Was will er denn? Er will die Person finden, die ihn verraten hat. Und seine Rache. Ich mag deine Antwort, Jake. Hey, schöne Krawatte. Hat sie dir deine Freundin geschenkt? Nun, äh... Nun, woher wissen sie das? Oh, übrigens. Wie lange bist du schon mit dir zusammen? Sir, nun... Ich, äh... Ich denke, das ist nicht relevant. Alles klar, wenn es nicht relevant ist, ist dieser Teil des Interviews vorbei. Machen wir weiter. Würdest du dich bitte umdrehen? Jetzt gleich... Dreh dich um. Wir machen jetzt einen kleinen Gedächtnistest. Was war auf meinem Schreibtisch? Müssen wir das wirklich jetzt mal... Jake, nicht schummeln. Was war auf meinem Tisch? Okay, also... Ein Kulli. Richtig. Ein Laptop. Das Namensschild. Und, äh... Perfekt. Und dein Bild in dem... Gut. Und was war auf diesem Bild? Sir, ich hab wirklich nicht gesehen, was auf... Meine Frau. Meine Frau ist auf dem Bild. Das hatte ich nicht davon abgehalten, mit ihr zu schlafen. Nein, Sir, ich bin ehrlich... Bleib sitzen. Die Tür ist zu. Niemand kann dich hören. Und das Wasser... Das Wasser, das du trankst, als du hier reinkamst, am Anfang, als du gestottert hast, es ist versetzt mit AC. Was? Das ist richtig, vergiftet. Und weißt du, was das ist? Das ist das Antidot. DMSA. So ist es richtig, Kumpel. Das Antidot. Sir, bitte geben Sie es. Bleib sitzen. Rache und Bestrafung. Du bist mir doch in den Rücken gefallen, nicht wahr? Okay, Sir, ich... Ich wusste es nicht. Sie hat keinen Ring getragen und sie hat mir gesagt, sie ist Single. Vertrauen Sie mir. Willst du mir sagen, dass sie dich verführt hat? Sie hat dich verführt und gezwungen, mit ihr ins Bett zu gehen. Nein. Jake, entweder sagst du mir die Wahrheit, erzählst mir, was wirklich passiert ist, oder du wirst das nicht in die Finger bekommen. Jake, du solltest... Nein, warten Sie, ich... ich sag Ihnen die Wahrheit. Ich will keine Lügen hören. Wir trafen uns in der Bar. Sie hat keinen Ring getragen. Sie hat vorgeschlagen, wir sollten zu mir gehen und... Ich hab zugestimmt. Okay? Ich bin nicht der Bösewicht hier. Hören Sie... Ich hab mit dir Schluss gemacht. Weil sie mich betrogen hat. Das ist die Wahrheit, Sir. Ich lüge nicht. Nein! Warum? Perfekt. Ich hab alles aufgenommen. Oh, das ist unglaublich. Jetzt ist meine Frau nicht mehr in der Lage, mein Geschäft von mir zu stehlen. Ich brauchte die Beweise für den Gerichtsprozess. Für die Scheidungsverhandlungen. Ich brauchte Beweise, aber die waren schwer zu kriegen. Jake, das hast du toll gemacht. Und weißt du was? Ich muss dir eigentlich danken. Ich muss dir danken, dass du mir die Augen geöffnet hast. Und mir geholfen hast, zu verstehen, wer sie wirklich ist. Dass sie nicht zu mir passt. Weißt du was? Es ist eigentlich ziemlich cool. Aber das Wasser in dem Glas. Das Wasser. Ich hab es erfunden. Ich hab gelogen. Also die E-Mail, das war einfach... Das war nur eine Falle, hm? Jake. Du hast kein Talent. Du hast keine Skills. Du hast kein Wissen. Die einzige Erfahrung, die du hast, ist das Anmachen von verheirateten Frauen. Jeden Job muss man sich verdienen. Es wird niemandem geschenkt, der sich dafür nicht anstrengt. Danke für das Gespräch, Jake. Nochmals danke für das Gespräch, Jake. Sie. Wir melden uns bei Ihnen. Danke. 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 Danke.